Ho, 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 liebe Weihnachtskriste, Kinder, die da gefallen sind vom Himmel mit dem komischen Schweif, der da kam zur Weihnachtszeit. So war doch die Weihnachtsgeschichte, oder? Ja, du hast das Unicorn vergessen, aber so im Ganzen war das so die Weihnachtsgeschichte. Oh Mensch, ich bin ja dran und ich hab... Mein Controller reagiert nicht, also muss mit Tastatur spielen. Wie spielt man das dann nochmal mit den Pfeiltasten? Mit den Pfeiltasten, äh, spring auf Shift, genau. Richtig. Oui, oui. Yeah, siehst du? Oh Gott, was machst du da? Oh nein. Ui. Doch, das gibt jetzt richtig auf deine Genusswurzel, glaube ich. Das tut doch immer so. Ho, Schau tränker. Nicht so gut. Was hat er gesagt? Ich weiß, ich weiß nicht. Wie rufe ich jetzt nochmal mein Menü auf? Rechte Maustaste. Ach, da musst du ja wieder die Maus benutzen, richtig. Da war ja was. Was haben wir denn hier alles tun? Lass dir Zeit. Wir haben doch Weihnachten, ist doch besinnlich. Ja, dann können wir... Und Leertaste ist Schießen. Leertaste gedrückt halten ist natürlich länger schießen. Ich erinnere mich, da war was. Genau. Damn. Alter, ey. Voll auf die Eichel. Ja, aber richtig drauf war. Das war echt nicht nett. Die Wörter sehen toll aus. Walking in the Winter Wonder Worm. Der Knecht. Ah, Kotelett. Ich hab da ein Geschenk von der Familie. Was? Nein, ich habe Francesco doch gar nicht verraten. Das sagst du jetzt. Aber nein. Mamma Mia. Oh. Oh, Mine, 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 Mine. Beinahe noch deinen eigenen Wurmfahrt. Nein. Brunt. Rudolf Cantris. Ich finde, das hat wehgetan. Francesco, frontust mir das an. Ich finde übrigens, dass die Dinosaurier dahinter aussieht, als ob dir gerade eine Kaka machen würde. Macht er auch. Achso. Das war früher so das Leben. Riesenopfen auf die Würmer. Das war so das Leben, weißt du? Die haben gefressen und gleichzeitig gekackt. Ach. Alter, das also. Wieso früher? Hallo. Habt ihr kein Shitbucket unter eurem Bildschirm? Äh, unter eurem... Was ist das? Unterm Bildschirm. Das ist jetzt mal eklig. I. Nein. No. Guck mal. Oh, guck mal, Basti. Das wird... Und? Ja, wunderschön. Am wenigsten hat er sich nicht selbst getroffen. Naja, Basti setzt jetzt unseren Weihnachtsbaum ran. Hat er. Hat er. Das war die Druckwelle. Naja, das war der Dinosaurier. Den fahren lassen. Ähm. Das ist also toll, ey. Du weißt, dass die Familie nicht nachfragen. Das ist... Ja, Mensch. Das ist doch... Mensch, da ist doch aber richtig Potenzial. Da kann man auch so richtig... Kann man so richtig... Ähm, nein. Ups. Oh. Oh, schön. Oh. Oh. Uuuh. Oh, und? Sie hat jetzt alle drei getroffen? Ja. Mhm. Aber ich dachte noch, haha, das war ja voll lächerlich. Die Kugel ist ja nochmal zurückgerollt. Vor allem dieses Wissen der... Mh, mh, mh. Ja, das war alles so geplant. Ich glaube, ich stehe da blöd. Nee, nee. Ich muss gerade mal abtesten. Ah ja. Das war so geplant. Schreck mich doch nicht so. Moment. Ähm, mein Wurm macht Grafik-Bugs. Das ist geil. Nee, einer deiner Würmer macht bei mir voll den Grafik-Bug. Was? Meiner? Ja, irgendwie einer deiner Würmer macht bei mir... Der Knecht hat gerade voll den Grafik-Bug gemacht. Seinen Wurmschwanz war über die gesamte Karte verteilt. What the fuck? Seine Hinterach. Ich hab da was runtergeladen, aber ich dachte nicht, dass es... Ich glaub, nee, ich glaub, das ist vom Spiel. Jetzt macht es das schon wieder. Ich glaub, das ist vom Spiel, weil er sitzt so perfekt an der Kante. Ah, das ist schön. Ah, nein. Erdbeben. Die Erschütterung hab ich bis hierhin gespürt. Deswegen sind die Dinosaurier ausgestorben. Guck mal da oben auf der Spitze. Wunderschöner Weihnachtsengel. Wer hockt da? Nee, ein Weihnachtsengel ganz oben auf der Spitze. Ach so. Das ist wirklich vom grünen Kreuz. Der gibt dir 25 plus Leben. Wie im richtigen Leben. Wenn Weihnachten ist, kriegst du ja auch Lebenspunkte dazu. Spreng mal den glitschenden Wurm da unten, ey. Ja, aber da... Ach, guck mal bei... Nee, bei mir nicht. Da muss ich nochmal... Aber ihr seht schon die Zuckerstangen, die die ab und zu mal tragen, ne? Ja, natürlich. Ja. Guck mal, Basti stirbt mit. Lutscherstange? Lutscherstange? Wie so eine Lutscherstange? Oh, 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 ja. Oh, 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 ja. Komm schon. Kick ihn da rein, Kids. Ja, nein. Oh, nein. Fuck, du bist genau hin und her. Nee, das war mein Tod. Das war so viel Schaden. Ja, das war ja ganz schön. Nicht schlecht. Ganz souverän stehe ich mit meiner Zigarre daneben an. Ja, Mensch. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Oh, hallo. Oh, hallo. 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 Oh, hör auf, mein Wampel zu streicheln. Oh. Oh. Schlau, ich bin zu dick. Der ist wirklich zu dick. Das ist ja so, wie wenn man gegen einen Engländer, der Hooligan ist, irgendwie vorgehen würde mit einem Baseballschläger. Die sind ja auch alle fett. So. So. Ey, hör mal auf, jetzt hier die Hooligans zu diskriminieren. Echt, die haben es auch nicht leicht, ja? Genau. So, ich brauch ... Die ganze Welt ist gegen dich. Hör mal auf jetzt hier. Was soll denn das? Du komische Bildschirm. Tut mir leid, man muss mich ja nicht direkt so anfahren. Ich habe folgendes vor. Ich möchte wieder mal die Shotgun zücken. Oh, oh. Oh. Bitte reicht. Nein, nein, nein. 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 Das geht so nicht. Das reicht nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Warum haben eigentlich deine Würmer alle unterschiedliche Hüte? Das ist das, was ich runtergeladen habe. Verdammte Axt. Ist irgendwie cool. Ja, finde ich auch. So. Komm jetzt. Du hast doch Stich mit meinem Pops. Hallo. Du hast aber komisches Ei gelegt. Ja, aber es ist halt schon direkt ausgebrüht. Es ist halt ein Vogel. Ich habe ein Vogel gelegt. So, wir versuchen jetzt mal, ob ich das hinbekomme. Oh ja. Ich mache das einhändig, Schätzelein. Die andere Hand am Schnippel. Und, fuck. Oh. Unangespitzt in den Boden gerannt. Eiskalt. So ist er, dieser Da Kiekste. Drei. Da Kiekste nicht schlecht. Da Kiekste zwei? Ja, das hat mir das Spiel automatisch verliehen. Diesen Titel. Du wirst niemals in Nummer 1 sein. Ja. Okay, er ist... Das ist ein Schaf. Das könnte ich benutzen. Ach, guck mal. Pilger. Oh, dann könntest du sogar hier diesen roten Berg sprengen. Das ist natürlich fett. Oh, Mensch. Ne, 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 ne. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, nein, 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 nein. Oh, ey. Ich war eh schon tot. Oh, Gott, dann geht der unter da. Ja, ja. Oh, nein. Krasse Scheiße. Oh, Gott. Was ist denn da jetzt abgegangen, ey? Oh, Gott. Das waren Explosionen. Das war Völkermord. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Du, alte Hexe. So. Ups. So. Kleine Wurme. Jetzt geht's los, ihr. Oh, Gott. Murat ist doch schon total verbeult. Das hilft doch aber nicht. Die ertrinken doch maximal. Die kommen ja da jetzt. Gleich kommt ein großer Fisch. So, erstmal leeren die ganze Schose. Sehr gut. Und jetzt kann ich euch nämlich alle zusammen wegbrezeln. Alle zusammen? Na, nee. Nur hier die zwei wahrscheinlich. Nein. Guck, ich kann nämlich hier und dann kann ich wegspringen. Oh, ich glaube, ich krieg davon auch noch Wasser ab. Und ich krieg wahrscheinlich ins Wasser. Na, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Oh, scheiße. Ich krieg ins Wasser, ey. Jetzt sprengt sich einer meiner Würmer und dann wird es unangenehm. Oh, beide. Oh, oh. YOLO! Das sind ja alles nur Pöps. Katsache. YOLO! So, Stöpsel gezogen. Verdammt. Aber das mit einem Wurm fasst so viel Leben wie ich. Ja. Mensch. Das Wurm, ne? Das Wurmt dich jetzt. Söse. Ähm, was machen wir jetzt hier am besten? Ähm, nimm, 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 nimm. Ähm, Start, herunterfahren, beenden. Alte vier? Ja. Das wären so zwei, zwei Meinungen. Hier, jetzt macht er, jetzt macht er wieder diese Freaky Shit, Shitty Krami. Hell yeah. Ne, kann er gar nicht. Das reicht nur einmal. Verdammt. Ja. Das ist so crazy. Hatte ich schon fast wieder vergessen. Muss ich ja gestehen. Ja, stimmt. Diese, die Kanone benutzt sich auch viel zu selten. Na, vor allen Dingen, die kannst du mehrmals zünden in der Luft. Dadurch kannst du dich wendeend nach oben, äh, hangeln. Ja. Nach unten. Nach unten oder nach oben. Genau. Das ist so ekelhaft. Nein, du Arschloch. Nutzung meine Technik gegen mich. Oh, da kommt die Wetten aus Wormtier. Oh, ich hab keine Zeit mehr. Nein. Oh. Wenigstens noch die Waffe. Gib mir die. Nein. Ich wüsste, wo ich eine Bombe hinwerfen würde. Ähm. Das ist ein, ja, das ist ein recht riskanter. Ja. Ja, Mensch. Hab ich hier einen Tönenplatz, du? Das ist, aber direkt unter dem Weihnachtraum. Du bist unser Geschenk. Du kannst den jetzt abhacken. Und dann kippt der um. Ja. Oh, Vorsicht, ja. Nicht an der Kugel hängenbleiben. Nein, nicht an der Kugel hängenbleiben. Nein, nein. Nein, nein. Vorsicht jetzt, Vorsicht jetzt. Sachte, sehr gut. Vorsicht. Sehr gut. Ganz vorn. Ja. Ja. Nein, ja. Nein, 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 nein. Ja, fast. Ja, Vorsicht, ganz, oh. Mensch. Warten Stress. Kinos, warten Stress, meine Nerven. Ja. Quink, 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 quink. Was mache ich denn jetzt? Ich baue mir ein bisschen ein Haus. Hast du nicht noch ein zweites Jetpack oder so? Na, 15 Sekunden. Achso. Dann machen wir das nicht mehr. Na ja, und zu dir könntest du noch rüberkommen. Was, zu mir? Wo, was? Wo? Wo? Was kommt denn jetzt? Weiß nicht, ich habe Angst. So. Boah. Erstmal die Mine weggeschossen. Oh, okay. Du kannst über die hingeflogen. Was ist da jetzt denn, ey? Nicht schlecht, ey. Ja, ich wollte das ein bisschen leichter machen. Jetzt hast du ein Loch, da kannst du jetzt direkt durchschießen. Danke. Nee, werde ich es nicht machen. Außer, ich habe keine andere Wahl. Und ich habe keine andere fucking Wahl. Was zur Hölle? Wir haben nicht mal einen Luftant... Haben wir nicht mal. Ja, so weit sind wir noch nicht. Nee, der ist nicht mal freigeschaltet. Der ist nicht mal freigeschaltet. Wir sind auf Anfängerrunde. Wir müssen mal auf Expert-Profi spielen oder sowas. Aber du hast hier so eine Holy Granate. Das könnte ich mir sehr lustig vorstellen, wenn du die genau bei mir platzierst. Nee. Basti hat doch zwei Würmer. Nein! Ich war extra ganz still gerade. Oh, Zichel, Weihnachtsengel. Nein, nein. Oh, ich werde so... Ich werde so explodieren jetzt. Mine. Jeglichen Shit bekomme ich jetzt ab. Ach du... Oh! The fuck? Warum bist du... Was ist jetzt... Oh, sehr schön. Wieso bin ich denn jetzt... Dieses Spiel hasst du mich? Guck mal, du hast die Kerzen angezündet. Nein, ich bin tot. Oh, Tannebaum. Oh, Tannebaum. Du brennst so schön im Winter. Blablabla. Na? Oh, Tannebaum. Oh! weißt du überhaupt was du gerade gemacht hast ja so ich war so konzentriert auf ja im sommer 47 hat in russland geschneit die kriegst du voll rein die kriegst du voll rein gott sei dank hat der sprung nicht ich habe schon auf manchmal könnte ich hier eine klatschen ich hatte jetzt fast einen kleinen orgasmus hatte ich das ist schön mensch nur zu weihnachten ganz ehrlich kinder holt euch ein orgasmus zu weihnachten das ist das schönste was sie euch schenken können gegenseitig oder geht es klingt falsch geht zu fahrt und brille und und holt euch holt ihr euch bulimie hilfro das war schlecht ich dachte ich mache immer so ein schwing ich wollte eigentlich eine andere taste drücken und drückt dann vorwärts und dann ist das passiert ich meinte natürlich es ist nur ein schaf na dann sehe ich davon ab dieses schaf zu zerstückeln zu hexen habe ich eine axt nein aber ich kann es trotzdem versuchen also jetzt mit einem streich uns auszulöschen das funktioniert nicht aber ich versuche etwas heiligkeit walten zu lassen kriegt er trotzdem was ab ne nur ein kleines tropfen der weihnachtsbaum widersteht den physikalischen gesetzen es ist ein überweihnachtsbaum er ist op better nerf ja oh gott wenn er jetzt killt kann uns beide ach ja es könnte gut sein dass wir beide davon direkt was abkriegen ich glaube eher dass ich äh ach scheiße die weg 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 was tun. Keine Sorge, es wird dir nichts passieren, denn ich bin am Zug. Du kannst ja theoretisch ja von da aus. Ich meinte, mäh. Das würde jetzt, rechts neben dem Wurmen würde die ja liegen bleiben, theoretisch. Halt die Klappe jetzt, dritter Platz. Brauner Stern. Brauner Stern. Nein! Erstmal runterpuppeln. Nein! Das war galant und elegant gelöst. Erstmal runter totbubbeln. Nochmal richtig schön bloß nicht wieder so einen Scheiß anstellen. Ja, mit richtig Schmackes. Damit die so richtig schön abprallt und ins Gesicht zurückkommt. Nee, die bleibt jetzt an irgendeinem Pixel hängen. Ja, Vorsicht. Oh, fuck! Hui! 41. Ich hab 46 gesehen. Oh Gott. Was passiert? Oh Gott, reicht das noch? Reicht das? Auf! Nein! Und pass ich! Nein! Sieht irgendwie tatsächlich ein bisschen aus wie Pipi hier auf der Map. Ich meinte natürlich, Näh! Näh! Ich hab gegen Schaf verloren. Näh! Ich auch! Eigentlich hab ich gegen mich verloren, Marvina. Basti, du bist ja selbst dein größter Feind, aber... Ich werd immer besser. Ich werd immer besser. Das ist echt... Der Mann drück ich immer noch random Knöppe. Ja, krieg mal deinen Controller wieder zum Laufen. Näh! Es geht so nicht. Ich sollte immer mit Tastatur spielen. Nein! Das ist besser. Nein! So, wie auch ich... Das ist geil. Naja. Wie dem auch sei. Wir wünschen euch natürlich ein schönes Weihnachtsfest. Auf das eure Würmer täglich und stündlich miteinander spielen mögen. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Zum... Ja. Ja, tatsächlich. Ja? Schön. Stimmt. Hm. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Hello! Hello. Viel Spaß beim Eiersuchen. Ey, Franz, man, lass mal dringend irgendwie jemand anderes suchen. Die Frau ist so durch. Ich glaub, die ist echt nur hier. Uff, da, da, uff, da, da. Okay! So. Oh, ey. Oh, ey. Wir sind bei Stahl. Oh, warum? Na, passen wir. Na. Ich geh mit meiner Laterne. Und meine Laterne mit mir. Da oben läuft in der Ferne. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja.